Was geht Leute, mein Name lautet Willkommen zu einem neutem Video hier auf meinem Kanal Gold Rush ist angesagt, ein neues, ein neues Map aus dem Mappack Genesis, ich glaube Genesis war das, ne, keine Ahnung, irgendwie so Ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist das zweite Gameplay, was ich auf dieser Map spiele Denn das erste Mal, ich habe so verschissen, so richtig schlecht Also wirklich so richtig schlecht, ich konnte gar nicht spielen, ich weiß nicht was los war Hoffentlich wird es heute besser, ich war auch danach extrem verzweifelt und sauer und so weiter und so fort Verdammt, das wollte ich gar nicht Übrigens, ich spiele mit meinem Skaff-Controller und mit meinem neuen Account Deswegen habe ich kaum Waffen und kaum Perks und so weiter und so fort, gar nichts eingestellt Denn die Spiele spiele ich leider nicht mehr so oft, aber das wisst ihr ja glaube ich So, diese Map nennt sich Gold Rush und das erste Mal, als ich sie gespielt habe Kann ich mich noch daran erinnern, dass es ziemlich beweglich hier alles ist Und dass mir das extrem auf die Nerven gegangen ist, dass alles einfach so beweglich ist Und im Allgemeinen gefällt mir diese Map jetzt nicht so sehr Und da haben wir auch schon den ersten Gegner, oh verdammt Wieso habe ich noch kein gutes Gefühl dabei Also ihr seht schon, diese Map ist Ja, ich sag mal so Ja, jetzt habe ich wenigstens den besten Anfang, muss ich sagen Diese Map ist ein bisschen merkwürdig, aber im Großen und Ganzen Ist sie ganz, ganz cool Naja, was heißt cool, eigentlich nicht Ich finde sie scheiße, Punkt Ich mag sie nicht so Äh, allgemein mag ich keine Maps Verdammt, hinter mir Nein, hinter mir, hinter mir Oh, Teammate Der bemerkt aber auch gar nichts, ne, der Teammate, wie dumm Oh je, was geht hier vor sich, Alter Und raus So, ich glaube, da müsste ein Gegner kommen von da hinten Ich müsste den Dog Deck aufheben, der da liegt Ich habe auch eine bessere Waffe für, ich habe keinen Plünder da Okay, ich gebe mir die Remington, meinetwegen Ich glaube, die kommt von hier Na, vielleicht ist das Gameplay ja ein bisschen besser als das andere Von hier nicht, scheiße Oh, ich kann das gar nicht einschätzen hier Ich kenne die Map einfach gar nicht Äh, ja, ich kann hier jetzt einfach lange irgendwie Anscheinend, keine Ahnung Äh, von wo die gehen, alles kommen können Ist schon ein bisschen krass Was zum Teufel Ich glaube, ich habe gar keine Ahnung, von wo die kommen können, aber Gut, laufen wir einfach mal Die werden so oder so gleich sterben, das weiß ich Das ist immer so, immer Ich bin viel zu schlecht in Ghosts, um am Leben zu bleiben Viel zu schlecht Gut, von der Oma übrigens, nächstes Ding könnt ihr auch einsteigen Was ganz gut machen, mache ich einfach mal für euch Um euch das zu zeigen Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich sterben werde dadurch Okay, gehen wir runter Ihr habt es gesehen, Punkt Nein Nein, Hilfe Was, 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 was Was ist passiert? Er stirbt, er stirbt, er stirbt Ja, er stirbt Geschieht dir recht, Bitch Geschieht dir recht Oh, es ist noch Teammate, sorry So, dieses Spiel ist wenigstens ein bisschen besser Oh je Oh mein Gott Ihr hättet das andere Nein Oh, das kann nicht wahr sein, oder? Ihr wollt mich doch alle auf den Arm nehmen Jesus Ach, Gottchen Es war, ich glaube ich Auf, ne, es war die andere Map, die ich noch nicht gezeigt habe War ich am Anfang gleich 1 zu 9 Und ich sag so, ich bin scheißegal Ich lass es trotzdem hoch Und dann zum Schluss Lade ich es sowieso nicht hoch Sorry, jetzt kann ich zielen Ich bin zu schlecht Ne, es liegt einfach daran, weil ich so lange Mein Scaf nicht mehr benutzt habe Allgemein Äh, dieses Spiel habe ich nicht mehr so lange gespielt Deswegen, äh, kann es sein, dass ich ziemlich, ziemlich scheiße bin Aber So, mein Freund Du läufst hier nicht lang Ich würde gerne nur andere Waffen nehmen Ich hab gar keine Lust mehr auf die Vector Aber Schon okay, ich verteihe die Waffe Von hier, glaube ich Okay, nein, von rechts Äh, ich wollte noch sagen Ich werde auch übrigens ein Headset Ein Headset-Test machen Um zu gucken, wie gut man tatsächlich mit dem Headset hören kann Okay, schnell, schnell los Nein, 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 nein Oh, wie scheiße Oh, Mann Ihr müsst immer mal in den Kommentaren sagen, wie ihr diese Map findet Ähm Ja, was soll ich sagen Ich finde sie jetzt nicht so atembesorischend Aber Ist mir alles viel zu beweglich hier leider Aber es gefällt bestimmt vielen Leuten Ich persönlich stehe mehr auf diese Ja, wie soll ich sagen Auf diese normalen Maps In Anführungsstrichen Weil die sind immer so schön, ja Auf diese normalen Maps Wie zum Beispiel ein B2 High Race Wo es nur drei Wege gibt Und wo man sich gar nicht So lange Wo man gar nicht so lange suchen muss Und so weiter Sofort Auf sowas stehe ich mehr Scheiße Ach, scheiße Hinter mir Rechts von mir Oben Links Rechts Keine Ahnung, Alter Das meine ich Es ist einfach ein bisschen Nein Da ist doch eine Ne, sie ist weg Okay Gut, ich Oh mein Gott Wow Oh, dass sie mich gar nicht sehen Was für ein Glück ich habe Oh nein Oh nein Ich muss immer irgendwie sterben Aufpassen Dass dieses Ding nicht runter geht Wir wollen nicht so sterben Wie mein Teammate davor So Äh, ja Ich gehe einfach mal hier lang Da hinten Ne, das ist ein Teammate Da hinten aber So, mein Freund Ich glaube die spawnen hier Wir sind am verlieren Scheiße Wir sind am verlieren gerade Ich muss alle Tags aufheben Das wird auf jeden Fall eine Pflicht sein Ich weiß leider nicht Von wo die Gegner kommen Aber naja Ich renne mal hier rein Hab irgendwas gehört? Ich glaube er hat einen Dock Ne, das war ein Teammate Okay Ich versuche sehr sehr stark zu hören So, mal sehen Wow Wurde er nicht hier lang Diese Map ist einfach nur komisch Feindliche Satcom gesichtet Feindliche Satcom gesichtet Okay, wir rennen mal da lang Okay, zum Glück sind wir da nicht gestorben Weil Das Schlimmste ist bei mir Was ich persönlich so ultra hasse Wenn ich die ganze Zeit zoomrenne Und dann sterbe Das nervt Oh mein Gott Oh Wow Wach und soß Scheiße, da ist einer Komm schon Mach deine Arbeit, Baby Oh nein Meine Güte Meine Güte Mein Wachhund hatte ich meinen Kill gemacht Oh mein Gott Was Okay Brauche ich mir gar nicht anzusehen Will ich mir auch gar nicht antun Ich versuche das Spiel mehr als ein normales Game anzusehen Und nicht mehr als mein Leben Weil Auch wenn ich Auch wenn ich schon wirklich lange her ist Dass ich so richtig süßig nach COD war Ich muss sagen Ich nehme das Spiel wesentlich zu ernst Ich meine ich habe 10 Tode Und ich versuche mich gar nicht aufzuregen Um ehrlich zu sein Auch wenn Der eine oder andere Tod Vielleicht nicht so ganz verdient war Und den haben wir gerade nachher weggeholt Eigentlich muss ich sagen Ich habe ganz gute Reaktionszeiten Nur mein Movement ist halt richtig schlecht Muss man ja auch zugeben Aber naja Da hinten sind welche C4 Kann man den gerade rüber Oder gehen wir den anderen Weg lang Weil ich bin ziemlich schwach gerade Oh shit Hier kann ich nicht runter Nein Äh ja ich kenne noch nicht so vieles hier Also müssen wir verzeihen Nein hinter mir Oh Oh nein Nein Oh Ah Nein 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 Oh okay Dadurch habe ich Schaden Gekriegt Okay Weil ich irgendwie nicht drinnen saß Sondern Außerhalb dieses Wagens So habe ich dann Schaden bekommen So Das war es für diese Map Es war Wie nennt sich die nochmal Gold Rush Genau Ganz cooler Name Map gefällt mir nicht so sehr Gefällt bestimmt vielen Sehe ich nicht schlecht Mir persönlich gefällt sie nicht so sehr Weil sich einfach alles zu viel bewegt Man muss auf zu viele Sachen achten Das will ich nicht Ich will mich entspannen beim Spielen Und nicht sowas Aber finde ich ganz in Ordnung Also ist keine scheiß Map Aber jetzt auch keine Für meinen Geschmack Zumindest nicht so toll Ähm Genau Dann werden wir noch die letzte Map spielen Die vor uns dann warten wird Vielen Dank für's Zerne Show und bewerten Kommentieren nicht vergessen Abonniere jetzt meinen Kanal Um unserer Nation beizutreten Und ich werde dich Im nächsten Video wiedersehen Tschau 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 tschau